so man ist ein Kölner zu den neuen Folge von Nuburgeliedsch keiner hatte Lust darauf dass jetzt aufnehmen müssen meint das er war nicht so wirklich langsam so beginnt schon mal so war ich habe ihn gedacht das war langsam als als alle anderen Ach, jeder Wagen ist unterschiedlich Auch wenn es keine Ratings gibt, aber Ja, ich habe zwar keinen Figma von 200, ich weiß, aber Trotzdem bin ich Das heißt, ich nehme demnächst mal wieder Die andere Kahl Gut, das war mal ein Tor Ja, ähm Die Kiste Ja, klar, so fett wie ich bin Muss auch das Auto sein Komm Nein Komm, ey, na Ja Was war denn das Und ja, das war kacke von mir Ich hätte den viel besser machen können Ah, nee, das geht ja Das war doch gut so Das geht aber an die Professionellen Weil sie sich denken Was war das für ein Scheißschuss Au Okay, ich wollte gerade fragen, aber Das hat sie geklärt Okay, ich habe zwei Lacks gerade gehabt Beide Ja, ich muss gerade gucken, wo mein Pink steht, weil ich gerade extrem geleckt habe auf 40 Du hast 0 Punkte, du bist der Beste Ja, klar Wenn ich nie mal am Ball rankomme Du hättest dir sagen können, dass du hinter mir bist, dann hättest du den machen dürfen Wieso springen jetzt alle da hin Wieso springen jetzt alle da hin Keine Ahnung Keine Ahnung Ich wusste noch nie mal, dass Rockischen ESL ein Hesl ist Hä, wo war denn der Ball jetzt? Ich habe doch Ballverfolgungskameraden Der Ball war einfach komplett weg bei mir gewesen Wo er ist denn? Ja, weil der im Tor war Ne, davor schon Ich bin ja die Wand hochgefahren Weil der Ball mir zwar gezeigt worden ist Aber Der Ball war einfach mal weg gewesen bei mir Ich fahr trotzdem einfach alle Nein! Los, Rolli, Spieli Hätt ich einmal ein Tor machen können, nein Hast du nie ein Tor, Rolli? Ich habe gedacht, Rolli schießt jetzt weiter vor Das ist ein Kringel Rolli, wie er den weggemacht hat Rolli, hast du eigentlich Irgendwann mal in deinem Leben Nitro? Nein Doch, wenn ich es nicht brauche Ich würde mal sagen, ich bin der Beste, oder? Ich bin doch immer Mann Heiligung Es war geplant, es war geplant Das ist immer noch 0.0 Hey, ich hab doch mehr mal schon den Ball berührt Ja, und es bringt ja nichts in den Ball Ich muss sowas machen Ja, ich hab schon mehr was gemacht Hier Abwehr und sonst was Nö, mit mir einfach nie angerechnet Alles klar, was man das jetzt Bei mir habe ich den Ball berührt Der Flug über mich drüber Ja, er macht mein Tor Ich hab 50 Punkte jetzt Ich hab 50 Punkte viele Fortlage bekommen Ja, ja Das muss ich jetzt mal dazu sagen Los, Rolli Oh, lol Alles klar Einmal will ich drauf schießen Nein Komm jetzt Ich hab kein Nitro mehr Na Und er mit seiner fetten Sportkarriere Wie du den da weggerammt hast Ja, klar Wo seid ihr denn jetzt eigentlich alle? Toll Fuck Oh, Alex hat mehr als 50 Punkte Da waren schon 100 Ja? Meins Ja Ich komm Nein Come on Ich war zu schnell Da komm ich jetzt Ah, Anderman Hättest du durchgelassen, hätte ich ihn vielleicht bekommen Nein Nein Ach, das ist auf der Kamera Nein Hättest du nicht Ich fahr in die Mitte 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 Du viel zu früh warst Ey, bei mir sieht es immer so aus, als ob ich den treffe Ne, da fliegt er erst mal weg Ja Jawoll Ich fühle mich schlecht Wir haben schon 6 Punkte 6 Tore Ja, komm doch mal Drück mal Tab Ja, ich sehe ich ja schon die ganze Zeit Was war das hier? Boah Hä? Hast du durch aufgeben Ey Enderman, wie geht das? Einfach das Weeblech speichern, aber es geht nicht mehr Ich muss immer Ende der Runde machen Ich wurde einfach weggeschubst, obwohl ich noch nie mal berührt worden bin von Enderman Was? Ja Kannst du bei mir jetzt in der Aufnahme angucken Ich bin Ey, ich war doch nicht mal da Ja, ich bin neben dir gefahren Auf immer war ich weg Äh, wurde ich weggeschubst Hä? Dort, wo du warst Komm jetzt Oh Mann Los Alex Ja, ich hab mich gerührt Los Alex Nein, da kommt Scheiße Nein Ich wollte drüber schießen Da kam wieder ein Gegner Scheiße, ich hab kein Niedro Ach, ich hoffe Ach, Mann Ah, was passiert hier? Also ich würde mal sagen, wir sind perfekt für die Essel von Rocket League ausgebaut, oder? ESL 2.0 Da frag ich mich ernsthaft, wie konntest du nicht wissen, dass Rocket League Essel hat? Das wusste ich nicht Das wusste ich nicht Das wusste ich nicht Ja, Mann, da... Mann Alex! Nein! Ich stand sowieso im Weg! Was passiert hier? Geh doch mit deinem fetten Wagen da weg Nein! Doch Ja, doch bitte einfach nach Hause Okay Boah Ich geh nach Hause, gut! Boah! Gut! Der Tod ist drin, ja! Schön! Nanananana! Aber du musst mir sagen, wie man das Replay speichern muss für die Zukunft Gibt es auch eine Tastenkommunation Auch als ob die vorbeigefahren sind Ich kann mir so vor, als würde ich gegen Noobs spielen Und mit Noobs Ja Aber das Letzte ist es für ihn normal Oder ist er sich dran gewöhnt? Nein! Aaaaaaaahhhhhh Ein Torwart, Mann, Sie! Torwart, Mann, Sie! gut dass sich der jene erledigt haben in der besten nicht mehr zervössig der wägel ist sowieso drückt dann vorbeigeflogen mann 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 also ich war damals kann ich sagen ich war in der schule beim handball Prozent team und beim Tor gewesen ja hat er die dritte beachten kann haben ich habe von schlechtesten aus der Schule der überhaupt kein Sport konnte der Ball ist ins Tor gerollt und ich hab den Ball nicht bekommen was sind noch schlechter als wahrscheinlich der Fettsack von hinten, den keiner haben will, oder? Ja, kann man so sagen bei mir bloß die Scheiße, mich haben sie mal freiwillig ins Tor gestellt die Dicken halten immer am besten, haben sie gesagt Nein! Das ist ein geiler Fußballs, dicker und dick ins Tor, weißt das ist aber eine geile Toranimation Ja, deswegen hab ich damals Fußball gespielt immer, ich war immer im Tor Ja, dicke können ins Tor, das ist die goldene Regel, Mann Ich bin nicht dick Die Fetten kommen ins Tor, damit sie mit ihrem Körper abwehren Alter, wirklich da Manzi coming! Scheiße Ich bin nicht so gut Ach, was Ah, da war zwar Wer hat mich da zerrissen? Ja, das war aber ich Ich bin vor grad zurückfahren, um den Ball zu retten Ich werde lieber in Torn hier Den hättest du niemals gerettet, das kann ich dir sagen Ja, ich weiß Okay, ist die Art in der Mitte, ist mir doch egal, ich bin trotzdem Er war zu hoch Ja, mi 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 Er war zu hoch Kannst du in meiner Partie auch noch sehen, du siehst sogar, Rolly, bei mir fliegt Ja, genau Du hast weggerannt, Leute Ich sterbe Wir spielen müssen Ist doch was Ein Sieg und ein Deal BVB ist kacke Ja, wir müssen den BVBs doch auch mal einen Sieg lassen Ich glaub, die haben's vorgestern auch gewonnen gehabt, aber Ich hätte überspringen müssen Achso, da Ach man Ja, ich hab die Ballkamera rausgehabt, ich wusste nie, wo er ist Was machst du denn? Wenn du den jetzt nicht Ich gebe schon ein Kein Problem, auch nicht schlecht Ich flame dich Nein, der darf nicht aufbauen Mann, 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 was hast du denn da hingekackt? Ähm, das kannst du gerne in meiner Aufnahme sehen, die ich jetzt auch am liebsten Bände Weil das war echt scheiße gewesen, Leute, trotzdem drumherum bitte da lassen, dann an Rolly und Enderman Ich geh mich mal hin, ciao, ciao Ich geh mich mal hin Ich geh mal hin